Kalium. Kalium ist ein chemisches Element. Kalium ist ein Mineralstoff, der für den Menschen wichtig ist. Der Mensch braucht etwa 2 Gramm, also 2000 Milligramm Kalium pro Tag. Als Veganer ist es wichtig, auch kaliumreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen. Dazu gehören unter anderem Bananen, Bohnen, Hülsenfrüchte, Spinat und Kartoffeln. Kalium ist wichtig bei der Regulation des sogenannten Membranpotenzials. Kalium hat etwas Wichtiges zu tun in dem Gleichgewicht. Kalium, Calcium, Magnesium, Natrium und so weiter. Es braucht die richtige Kaliumkonzentration im Blut wie auch in den Zellen und das ist etwas Wichtiges, damit der Körper gut funktionieren kann. Wenn man aber eine gesunde, ausgeglichene Ernährung hat mit verschiedenen Gemüsen, Salaten, mit Obst, Vollkorn und Hülsenfrüchte, braucht man sich über den Mineralgehalt im Körper nicht große Gedanken zu machen, denn in gesunder Ernährung sind typischerweise alle Mineralien einschließlich Kalium ausreichend vorhanden. Kalium. 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 Kalium.